Ja, hallo und willkommen zurück. Wir sind nur ein bisschen umhergeirrt. Hier liegt Frühstück. Der hat Arsch voll Holzen. Erstmal wieder ein bisschen Boden aufräumen. Wir müssen ja schließlich auf mehr Feuer. Äh, noch mehr Essen. Ich war echt den ganzen Tag unterwegs. Wie weit bist du hier? Brennst du noch? Bö. Okay. Ah ja, habe ich noch ein bisschen Zeit. Innen zerlegen wir jetzt immer das Eisen. Dann bauen wir uns echt nicht mal eine Rüstung. So, benutzen. Wird gerne mal wissen, wie es aussieht, eine Metallrüstung zu haben. Da hin. Ähm. Let's see. Gut. Das haben wir. Was hätten wir. Wie ist das? 16 Uhr. Ich glaube, ich werde einfach nur noch ein bisschen Holz sammeln. Ich muss eigentlich noch irgendwas in den Kierschlund drücken. Ich sage, einfach mal alles essen. Essen. Fleisch brach den wir morgen weg. Das brauche ich. Ich muss jetzt das Eisen für ein Wasser trinken. So, bereiten wir das alles schon mal vor. Da hin. Den ganzen müssen wir schon mal vorbereiten, ja. So. Hier hol ich's oben. Auf dem Grill. Komm. Äh, nee, gute Wasser. Gut, hätten wir das. Okay, eine Gussform, eins von zwei, ein Eisen, okay. Na, gehen wir mal hoch. Fischer haben wir mal innen. Die hauen wir mal weg. Paranus, ach, ich nehme sie her. Gut, mhm. Äh, was brauchte ich jetzt noch? So. Wollte die noch weghauen. Stimmt. So, das. Können wir jetzt gleich noch nachlegen. Ja. Sag, was habe ich noch in dem Rucksack, was ich irgendwie so verstauen könnte? Kokosnüsse. Und Diskusfisch. Ähm, Rucksack. Oh, das so. Okay. Das wieder da hin. Ähm. Oh, da ist ja nicht mehr viel drin. Ähm. Gut. Mal zwei Eier. Bist du? Gleich fertig. Zack, zack, zack. Okay, dann. Bete Blume. Hm. Okay, AI haben wir. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Zack. Gut, ich werde zumindest noch... ...das Eisen reinhauen. Ähm. Dinger habe ich. Na komm. Jetzt gibt er wirklich keine Fackeln, ne? So Fackelstände oder sowas. Okay, ja. Fackel habe ich. Ein Speer müsste hier liegen. Der auch schon... Hat er sich auch schon ausgesperrt? Hm. Okay. Ah, nee. Naja, okay. Speichern wir mal kurz. Bin ich hier irgendwo hingepackt? Mir war so. Gut. Jetzt kann das Feuer hier wieder aus. Sollte noch reichen. Ja, locker. Ja, dann gehen wir jetzt pennen. Gut. Ähm. Machen wir jetzt hin schon drauf. So, du müsstest fertig sein. Was haben wir denn noch zu essen? Essen. Ein paar Kohlenhydrate, aber ist okay. Gut. Gibt es hier oben noch irgendwas tun? Ich habe die Speer darauf geworfen. Nö. Gehen wir es mal zwei Stunden hin. Das ist das Heldes. Dann basteln wir mal eine Rüstung. Perfekt. Perfekt. Ah, ob mich Mr. Koko schon wieder angreift. Hm, hoffen wir mal, ne? Und jetzt. Das ist mal hier der Rüstungsform. Ja, eine leere Gussform. Okay. Wandert jetzt. Ich habe jetzt eine Gussform. Kann ich das Eisen nicht noch mal rausnehmen? Und das jetzt. Will ich irgendwie brennen? Wie war doch das? Das habe ich schon mal gemacht. Moment. Das war es gleich mit Kohle. Ich muss mal unten den Ofen anfeuern. Lassen wir mal das hier an. Zack. Den Ofen oben anfeuern. Ja, hin. Okay. Zack. Feuer. Ähm. Feuer. Come on. Come on. Come on. Ich sammle mal Stöcker und macht unten noch mal den Ofen an. Ich glaube, so rum war das. Ähm. Kohle her. Oh ja. Ah, müsste besser als brauchen. Warum ist halt ein riesengroßer Lieferant, ne? Das Zeug. Latschen wir uns mal rum und gucken wir uns mal rum. Jetzt müsste ja noch eine Menge Zeug hier rumfliegen. Beispiel hier. Okay. Okay. Und das ist es, dass wir uns da haben. Bye bye. Und das ist, dass wir uns da sind. Was ist, dass wir uns da sind. Da sind es uns da sind. Und das ist ein bisschen her. Was ist das? Und das ist ja? Und das ist das. Da ist das ist das. Und das ist auch die Frage. Und das ist sonst da? Oh ja. den stein ziegel einmal macht bitte benutzen wenn man schnell wanderschaft gehen wir müssen ja oben noch die dinge auch noch ein bisschen voll kriegen doch hier so viel gefällt hier muss doch so viel zeug rumfliegen was hat mich jetzt wieder bestiegen hier ist es ist eigentlich so viel zeug rumfliegen das ist halt die sache ne so eine ganze weile rüstungsteil möchte gerne ein ritter sein gut hätten wir das sammeln ich weiß gar nicht wie viel ich brauche für eine rüstung drei drei noch eine herstellen die dann schnell daran schmeißen kann ich schon mal packen während ich die nächsten rüstungen mache weiß es gar nicht so kannst du auch einschmelzen okay mach mal weiter interessant so ich brauche eine leere gussform komm mal hin komm mal hin komm mal hin rückgeschmolzes eisen zack 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 bin doch nicht mehr überladen ich hab so viel ziegel ne der bombe wirft so viel zeug ab dann habe ich auch erstmal eine ganze wir sind noch ein paar weg okay da hin na da würde mich da schon wieder irgendwas anlagen ach es wird es wird es wird jetzt mal in fünf sekunden weg ne und alles schon wieder voll jetzt müssen wir das feuer nochmal ein bisschen anheizen bitte jetzt können wir das Können wir jetzt einmal ganz kurz hier reingucken. 12 Pfeil. Weiß es nicht. Wir werden es ausprobieren. Da gehen wir. Haben wir noch ein Bananenblatt? Irgendwo rumzufliegen. 3? Brauchte ich ja 12. Scheiße. Ich muss alles sauber halten. Alles sauber halten. Ich mache ein Bananenblatt. Mö. So, wo kriege ich jetzt einen schnellen auf die schnelle Bananenblatt her? Äh, herstellen. 2. 3. 3 Stück. 3 Stück. Haltbarkeit 61. Okay. Jetzt brauche ich uns beim 12. Das ist 4, kriege ich 8. Ich muss gleich noch ein bisschen Eisen sammeln. Oh, Waben. Werden wir da zu Ende? Ah, haben wir noch einen Lagerplatz hier unten. Ah, das war clever. Geh nicht rein. Geh mir keine Rüstung auf Lager legen. Was ist denn hier los? Das ist natürlich jetzt nicht geil. Hätte ich den Waffenständer bauen sollen. Das ist nicht cool. Das kostet mich jetzt ein... 10 Stöcker, 2 Lehmziegel. Die Stöcker. Okay, du Bestunden. Brauchen wir dich mal zu Ende. Hoffe ich, dass wir dich da reinkriegen. Aber ich denke, das wird. Ich brauche mich eigentlich immer nur 2 mit. Das kann mir auch keiner sagen, ne? Ah, stimmt. So, nee. Was ist denn da hin? Oh, ja. Gehen wir gleich mal hoch. Und 2 Bretter. 2. Ich will mich auch mal wie ein Ritter fühlen. Irgendwo zwischendurch lagern können. Ja, da lag ja Paranuss. Ich weiß. Das Ding despaunt. Das Ding despaunt. Mal hin. Ja, sollte reichen. Sammeln. 3 Stück. Da kann ich mir schon wieder eine bauen. Von auf dem war noch 2 Seile. Da kann ich oben noch duschen gehen. Das ist halt Trockenzeit. Fehlt mir jetzt noch. Hm. 3. Ja, 4 also. Ja. 2 Eisenfehlmänner. Die werden wir locker finden. So, herstellen. Ja, je öfter man die macht, umso besser werden die halt, ne? Die können ja auch gemischt aufhängen. Sehr schön. Die Kisten werden ja so ein bisschen gespeichert. Wenn die ja eigentlich gespeichert werden. Die werden besser. Sehr schön. Die gehen wir uns waschen. Können noch ein bisschen Kompost mitschleppen. Das geht nicht. Aber die Fische kann man es relativ schnell auf, äh, auf, äh, füllen. Den Kompost. Gut. Dann wäre ich dem Schritt ja schon ein Stück näher gekommen. Das ist doch ein bisschen Eisen sammeln. Gibt mir noch eine? Ne. Ne. Die eine könnten wir nicht noch bauen. back da hin. Da hin. Hier ist so. Zwei gekocht. Da hin. Zack. Das. Ah, Koch. Gut. Sehr geil. Eisen habe ich nicht mehr in der Tasche, aber du müsstest ja jetzt backen. Geil. Come on. 4 Stück fehlen noch, der kommt wieder auf 6, 2 Eisen. Aber, das werden wir in der nächsten Folge nachgucken. Wir schmeißen dich jetzt hier rein. Und gehen schlafen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn, ciao.